Wir haben es endlich geschafft. Ab November 2021 ist die gesamte deutsche Juristerei endlich nazifrei. Und geschafft hat es der Verlag CH Beck. Ab der November Ausgabe, der 81. Ausgabe des bisherigen Standardkommentars für das Bürgerliche Gesetzbuch Parland wird der Grüneberg. Was sich damit ändert und ob es nicht eher von Nachteil ist, diese Änderung, damit beschäftige ich mich in diesem Video. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr auf ActiV News hereinschaut. Die älteren Zuschauer in historischer Hinsicht für den Kanal kennen vielleicht noch meinen Beitrag aus Nürnberger Zeiten, das aus, um die Diskussion, ob der BGB-Kurzkommentar Parland, benannt nach Otto Parland, umbenannt werden soll. Hintergrund ist dessen Verstrickung in die Nazi-Zeit. Und die Diskussion hat sich im Prinzip über einige Jahre hingezogen. Man möchte beinahe sagen, als hätten wir in diesem Land keine weitergehenden Probleme. Nunmehr also soll es anders werden. Es kommt also der Grüneberg ab der 81. Auflage, die im November erscheinen soll. Und aufpassen müssen alle diejenigen, die nur die Altauflage zitieren, nicht, dass man sie für einen Nazi hält. Historisch betrachtet, ihr könnt das auf Wikipedia nachlesen, ist eben die Gesamtsituation, weil eben Parland ein NS-Jurist war. Man möchte allerdings in diesem Bereich sagen, einer von vielen, die gesamte BRD ist ja gegründet auf der Tätigkeit von ehemaligen Juristen des NS-Regimes. Und ob man jetzt also hier über das Umbenennen eines Kommentars etwas ändert, oder ob es nicht sinnvoller ist, hier die Verantwortung bei der Verwendung dieses Werkes, insbesondere im Hinblick auf Artikel 1, 1 des Grundgesetzes zu stärken, das ist doch für mich die Frage. Was ändert sich denn in diesem Land, möchte ich euch fragen, wenn wir überall die Hinweise auf die Nazi-Herrschaft beseitigen. Nichts. Ich fürchte eher, dass damit das Vergessen angeregt wird, weshalb ich ja so ein bekennender Fan der Stolpersteine bin, nämlich reale Erkenntnis des Ausmaßes dieser schlimmen Zeit. Und ein Bereich ist für mich eben hier Otto Parland's BGB-Kurzkommentar. Was spräche dagegen, den Einwand, den jeder von uns Juristen kennt, einfach mit den Namen von Opfern zu zitieren? Oder ihn mit jüdischen Anwälten und Richtern, die aus dem Amt gedrängt wurden, zu markieren? Was wäre, wenn man hier eine kritische Ausgabe rein verbindlich festhalten würde? Natürlich hatte der Verlag C.H. Beck bereits den Diskurs angeregt und kritische Meinungen zitiert. Aber aus meiner Sicht viel zu wenig nachhaltig aufmerksam. Einen deutlichen Wandel wegen mir im Einband, eine deutliche Erinnerung für jeden Juristen, der dieses Standardwerk benutzt. Ja, welch Verantwortung mit dem Überwinden der Nazi-Herrschaft für einen jeden Juristen damit einhergeht, den Grundrechten als Ergebnis dieser dunklen Zeit Geltung zu verlangen. Hat man hier nicht eine Chance vertan, den Diskurs an der falschen Stelle abgewirkt? Parland wird für viele sowieso ewig in der Erinnerung der Parland bleiben, ob man ihn jetzt Grüneberg nennt, ja oder nein. Den historischen Herkunftsmoment kann man sowieso nicht aus der Welt schaffen. Und zu lange, ja immerhin 80 Auflagen, hat sich dieser Name in jedem Juristen von der Ausbildung bis zum Praktikaalltag festgehalten. Ich bin strikt dagegen, solche Änderungen durchzuführen, nicht weil der Diskurs nicht notwendig wäre, es heute notwendiger denn je. Aber eben nicht auf diese Art und Weise, weil damit eben verkannt wird, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, dass wir es bitterst nötig haben, uns mit dieser NS-Historie in der Juristerei, in der Justiz auseinanderzusetzen. Und das ist eben nicht einfach getan mit neuen Namen, die da gut kehren sollen, sondern es schreit danach, eine inhaltliche, ausgewogene und vollständige Auseinandersetzung endlich und deutlich durchzuführen. Und das passiert nicht, wenn man dieses Schandmal, ja, dieses Mahnmal so einfach aus dem Antlitz, aus dem Gedächtnis eines jeden Juristen trägt. Für mich wäre ein lebendiges Mahnmal ein Stolperstein im Handbuch oder auf dem Schreibtisch in der Handbibliothek eines jeden Juristen lieber gewesen, als diese Geschichtsklistierung. Aber der Verlag hat entschieden, der Mob hat gewonnen. Ich hingegen fürchte, dass man damit umso mehr diese dunkle Vergangenheit, die aber nahtlos aufgewoben ist, in die Begründung der Bundesrepublik Deutschland, dass das damit verharmlost und letztlich auch negiert wird. Daran ändern auch nichts Prozesse gegen 100-Jährige, die, ja, als Eigenblatt oder Scham der deutschen Justiz, die bei den wirklichen Tätern nur zu oft in den einen eigenen Reihen weggeschaut hat, die man jetzt also letztlich, ja, als Stellvertreter noch schnell, kurz vor dem Ablaufsdatum, wenn ich es so flapsig formulieren darf, entsprechend bestraft. Wie seht ihr die Situation? War es notwendig? Ist es notwendig? Oder werdet ihr auch dafür, dass wir ein lebendiges Mahnmal schaffen? Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.